Von Bosch gibt es ein neues bzw. überarbeitetes ABS-System. Bosch hatte ein solches System ja schon in der Vergangenheit auf dem Markt. Dieses wurde aber für Modelljahr 23 hinsichtlich Hardware sowie regelungstechnisch upgedatet. Die System- bzw. die Kontrolleinheit fällt nun deutlich kleiner aus und kann direkt an der Gabel angebracht werden. Die Vorgängerversion wurde ja noch unter dem Vorbau montiert, war ziemlich groß und damit ein unschöner Blickfang. Die Befestigung an der Gabel hat neben der besseren optischen Integration aber auch noch einen technischen Vorteil. Durch die Nähe zwischen Bremssattel und Kontrolleinheit fällt die Leitung dazwischen maximal kurz aus. Das verbessert enorm die Reaktionszeit und die Bremsperformance, da nicht so viel Druckverlust über die Leitung entstehen kann. Beim neuen ABS gibt es drei verschiedene Befestigungsoptionen an der Gabel. Direct Mount bei SR-Suntour, zum Beispiel Kathmandu Hybrid. Hier wird die Kontrolleinheit direkt an die Gabel montiert. Semi-Direct Mount bei Fox AWL, Stereo Hybrid 120, Reaction Hybrid. Hier wird nochmal ein Zwischenadapter aufgrund der Fox-Gabel verwendet. Universal Mount bei Fox 34 Rhythm, beim Stereo Hybrid 140. Hier wird die Systemeinheit mittels Schellen angebracht. Aus welchen Teilen besteht das komplette ABS-System? Einmal haben wir die neue kleine ABS-Kontrolleinheit. Auch ein Bestandteil, aber erstmal unauffällig, da in der Software bzw. im Kiox und LED-Remote integriert, ist die ABS-Kontrollleuchte. Falls ein Fehler am System auftreten sollte, wird das durch dieses Symbol bzw. LED angezeigt. Dann haben wir noch zwei ABS-Radgeschwindigkeitssensoren. Einen am Vorder-, einen am Hinterrad. Natürlich die Bremse, eine Magura MTC ABS mit vier Kolben vorne-hinten und zwei Finger-Aluhebel. Und die Sensorscheiben, die vorne und hinten an den Bremsscheiben angebracht sind und von denen das Geschwindigkeitssignal abgenommen wird. Der normale Speed-Sensor, der je nach Rad entweder auf der Kettenstrebe oder im Dropout angebracht ist, entfällt beim ABS-System. Bei welchen Rädern wird dieses System eingesetzt? Die ABS-Räder kommen in der jeweiligen Produktkategorie immer on top, basieren aber von der Grundspezifikation auf einem Basisrad. Es ändern sich zu diesem Rad, außer die Gabel beim Katmandu, immer nur die ABS-spezifischen Anbauteile. Es wird folgende vier Modelle geben. Katmandu Hybrid ABS auf Basis vom Katmandu EXC. Reaction Hybrid ABS auf Basis vom Reaction Hybrid SLX. Stereo Hybrid 120 ABS auf Basis vom SLX. Stereo Hybrid 140 ABS auf Basis vom Stereo Hybrid 140 SLX. Diese Räder unterscheiden sich ja schon sehr stark in ihrer Einsatzkategorie. Und jetzt kommen wir zum absoluten Highlight des neuen Systems, den verschiedenen Regelungskarakteristiken. Jeder Einsatzbereich bekommt seine eigene Bremsapplikation oder Applikationen. Diese sind fest auf das jeweilige Rad programmiert. Es gibt die folgenden drei Applikationen. Touring im Einsatz beim Katmandu Hybrid ABS. Hierbei ist die ABS-Applikation nicht ausschaltbar. Allroad. Die Allroad-Version ist abwählbar und findet Einsatz im Reaction Stereo 120 und 140. Trail. Trail ist die sportlichste Applikation und ist bei den beiden Stereos 120 und 140 im Einsatz. Bei diesen Rädern kann immer zwischen Aus-, Allroad- und Trail ausgewählt werden. Die Applikationen unterscheiden sich im Bremsweg und damit auch in der Kontrollierbarkeit. Zum Beispiel Touring hat hierbei den längsten Bremsweg, aber vermittelt die größte Sicherheit, da das Rad ohne Wegrutschen oder Steigen des Hinterrades sanft bis zum Stehen geregelt wird. Die Trail-Applikation dagegen ist die sportlichste Variante mit kürzestem Bremsweg, die auch in unwegsamem Gelände auf den Punkt verzögert und das Rad zum Stehen bringt. Aber auch hier greift das System ein, um ein Wegrutschen zu verhindern. Die fahrtechnischen Könner sollen hier aber nicht zu kurz kommen. Auch mit der Trail-Version ist es immer noch möglich, in Spitzkehren das Hinterrad zu versetzen, da das System erst bei 5 kmh eingreift und ein Blockieren des Vorderrades bis zu einem gewissen Punkt zulässt. Das Fazit zum Schluss, das neue Bosch ABS mit seiner kompakten Bauweise und seinen verschiedenen Applikationen ist für den Einsteiger bis hin zum Fahrtechniker ein deutlicher Mehrwert in Sachen Fahrspaß und Sicherheit.